Hallo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, bin ich auf einer Schaukel, die ist langweilig. Ich bin nicht im Bremsdahl, ich bin in Demingen. Ich habe in Demingen vor zwei oder drei Jahren gewohnt. Da habe ich meine alten Kumpels wieder getroffen. Und zufälligerweise hat ein bester Freund von mir, der heißt Creepercrank. Link natürlich in die Beschreibung. Ja, das ist halt mein Freund, also Kumpel. Und der macht auch Minecraft und so. Ja, checkt mal den Kanal ab. Und ja, Leute, auf jeden Fall bin ich nicht im Bremsdahl. Ich bin gerade so alleine hier, auf dem Spielplatz, weil mir langweilig ist. Ja, eigentlich wollte ich mit Frank gehen, aber gehen wir leider doch nicht. Und ja, auf jeden Fall Creepercrank, guter YouTuber eigentlich. Ihr könnt ihn abonnieren. Und ja, was soll ich noch sagen, Leute. Wegen Let's Plays. Aber ich weiß nicht, ob ich GTA-Let's Playen soll. Wisst ihr warum? Weil ich habe die Story durch. Und ich wette von euch, äh, äh, und ich wette, jeder, ähm, es hat eh jeder die Story schon einmal gesehen. Mmh, mmh, und deshalb wollte ich mal einfach so, so funny Let's Playen machen. Und, warte, Moment, 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 Moment. Jo, Leute, ich bin auf den Teil hier. Ja. What the fuck? What the fuck? Scheiße, scheiße, scheißig. Ja, auf jeden Fall, ne, äh, ähm, ja, wegen dem Fail mit GTA. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt so wollt, dass ich die Story nochmal zocke für euch. Oder online, aber muss ich erst warten noch für online. Auf jeden Fall kann ich noch Fun-Fails und so machen bei GTA, wenn ihr das wollt. Weil, jetzt habe ich gerade keine Zeit für Let's Play, weil ich bin Gaming-Man, also kann ich gerade nicht auf, kann ich gerade kein Let's Play aufnehmen. Und da kommt ein Auto, irgendwo da hinten. Ja, und, äh, würde ich einfach mal so sa-kennen und, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, shit, glatt. Das bisschen hier wie gerade können. Kommt, treten ist so dran. Äh, fahre ich schon mal meistens runter, wenn ich da runter und hoch sehe den Scheißteil. Ja, auf jeden Fall, wenn du das Video siehst, gib einen Daumen nach oben da. Viel Spaß. Ja, äh, Leute, kleiner Vlog hier. Ähm, ja, mal kurz Zutat, ne? Die, 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 und da sind wir wieder, und wir klettern. Auf den Teilhüben. So, hier bin ich, ich bin jetzt in der 15, und hier bin ich immer in der 2. Klasse. Meinen Freunden hier immer hochgeklettert. Und so. So, auf jeden Fall war das voll gechillt. Wir haben uns immer hier hingelegt, ne? Und da hinten hat die Leute spürt, als ein bisschen langweilig. Das ist unsere Schule. Warte, ich zeige euch mal meine Klasse. Meine Klasse, meine Klasse. Das ist meine Klasse. Oh, die sieht man hinten so. Auf jeden Fall ist das hier meine Klasse. Genau das hier. Ja, genau das hier. Das ist meine Klasse. Die sieht man jetzt nicht so. Ähm, das war meine alte Klasse. So, und hier war halt das Schulfreude. Und hier war ich halt noch in der 2. Klasse und so. Jetzt wohne ich ja am Krimmestall. Meine alte Schule. Hat meine Freunde seit 3 Jahren nicht mehr gesehen. Und gestern habe ich ihn noch getroffen und so. Und, äh, hatten wir viel Spaß zusammen. Und ich wusste gar nicht, dass der Creeper-Krank, also mein Freund, einen YouTube-Kanal hat. Wusste ich gar nicht. Ja, wie gesagt, der Let's Playte halt Minecraft und so. Eigentlich so gut von ihm. Ja, und, äh, ja, jetzt soll ich es noch sagen, Leute. Ich will mal nach Hause gehen, ja. Ja, komm, ich will nach Hause. Oh, fuck. Okay, ich möchte diese Tage gehen. Ich bin voll gestört. Hey. Ja, auf jeden Fall gehen wir jetzt mal schon nach Hause. Ah, warte, ich werde euch noch was zeigen. Moment. So, Leute. Oh, fuck. Äh, sind wir jetzt angelangt. Warte, hier. So, jetzt sind wir richtig da, ey. So, auf jeden Fall, ich will euch noch mal was zeigen. So, hier halt, also, wie ihr das hier seht. Hier haben wir so eine Brücke gebaut, immer. Und hier war halt, da war immer so ein Wund. So ein Pickball. Und wir haben dann halt immer so eine Brücke gebaut. Und mir dann so, wie steigt die ein Pickball, ey, ne? Das war richtig schön, der zweiten Klasse noch. So, schön, der Hochkirche. So. Und, ja, Leute, das war mal so ein Video über meine alten Schulzeitenklassen und so. Fuck, ey, das ist so much. Oh, ich will mal drauf, nicht, dass wir hier reinfallen. So, oben angelangt. So, bei uns im Krimsterheim gibt es da so ein Multifeld. Und, das ist so ähnlich. Hier gibt es auch so einen. So, Mink, das ist, und alle anderen zum Schauer, äh, dem Unrufschau. So, das ist halt meine alte Schule da hin. Und dann hat er gesagt, ich klein. Ja, und auf jeden Fall nur, ne, alle Schulzeiten. Und hier, sagen wir immer so hin, guck, der ist ja abgesperrt, der da hin, ne? Die Abgesperrten sind immer da drüber geklettert. So, da kam so eine Frau, ich rieb jetzt sofort die Polizei. Und, ja, und mir dann nur noch so gemacht. Oh, ja, und auf jeden Fall war das echt richtig cool. Mit alten Zeiten noch, aber jetzt mit alten Mink und so, meine Freunde, auch eigentlich saucool. Also, Mink kann ich übelst vertrauen, das ist mein Best Friend. Oh, ja, Leute, ähm, wo bleibt der Mink? Ich lasse mir jetzt im Dorf, also richtig innen im Dorf, das ist jetzt auch so außerhalb. Ja, ja, Leute, äh, mach schon mal einen kleinen Stopp, oder? Ja, kommt, einen kleinen Stopp. Ah, und eine Sache wollte ich noch sagen zu, äh, Tricky Gamer. Du hast, ja, in den kommenden Tagen geschrieben, dass ich in jedem so ein Camp eingeladen habe. Wäre klar. Und, äh, ich hab halt Ja geantwortet. Ähm, ja, da hat er gestanden, Nein oder Ja, da hab ich halt Ja geschrieben. Und, äh, wäre schön, wenn du mir mal zurückschreibst. Oder, ich hab noch nicht, ich guck mal gleich, aber wenn du noch nicht zurückschrieben hast, wäre eigentlich sehr gut, wenn du zurückschreibst. Und, ja, Loni. Und, hier ist ein Waddle. Hier sind wir immer mit dem Roller runtergefetzt, ey. Ich glaub, wir haben auch die alten Zeiten. Ja, äh, vielleicht, ähm, mach ich noch ein Video, wo ich in dem bin, aber mit meinen Kumpels. Äh, ja, Leute, ähm, auf jeden Fall noch, äh, Creeper, äh, Crank. Könnt ihr auch mal abchecken. Ja, alles in der Beschreibung. Und, ähm, ja, Leute, eigentlich schon ein guter YouTube an Minecraft und so. Battle Wars, Endergames, macht er. Ja, guckt euch mal seine Videos an. Und, eigentlich ist das auch gut. Alle YouTube sind gut. Außer, 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 außer gar keiner. Wahrscheinlich. So, Leute, wir sind jetzt gleich ankommen. Wie ich sieh. Ja, Leute, ähm, dahin ist die Kirche. Oh, warte. Hier, da? Ja, genau da. Da gehst du jetzt hin. Ne, Spaß. Äh, ja, äh, Leute, ich geh jetzt gerade nach Hause. Also nicht nach Hause, ich bin auf Besuch hier. So, äh, kennt ihr das auch? Ihr filmt so, und dann gucken dich alle so an. Ja, bestimmt YouTube.